Hi, du wolltest schon immer mal moderne und schöne Websites gestalten? Landingpages, Werbemittel, Social Media Grafiken und coole Icons? Dann belege jetzt den großen Web- und Digitaldesign Praxiskurs in Adobe Photoshop CC. Mein Name ist Leif Warhaar und ich bin Mediendesigner. In diesem Kurs lernst du alles, was du als Web- und Digitaldesigner wissen musst. Für diesen Kurs benötigst du keine Vorkenntnisse. Dabei erkläre ich nicht langweilig jede einzelne Funktion in Photoshop. Nein, wir lernen Schritt für Schritt mit echten Praxisbeispielen. Du benötigst keine Vorkenntnisse, du lernst alle Grundlagen und startest dann mit der Gestaltung von Werbewandern, Websites, Landingpages, Icons und vieles, vieles mehr. Sichere dir den Kurs für nur kurze Zeit mit einem starken Bekommensrabatt, kostenfreien und schnellen Support und vieles mehr. Mit Udemy gehst du kein Risiko ein. Eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt es immer. Worauf wartest du noch? Melde dich am besten gleich direkt an und ich freue mich, dich in dem Kurs begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.